einen wunderschönen da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch das wird mal ein bisschen anderes video ich werde es versuchen auch kurz und knapp zu halten ich habe nämlich hier post bekommen da war das hier drin da wurde ich angefragt wegen der zusammenarbeit dass man wird hier auch in bewerbung stehen ich habe dieses produkt selber schon drei oder viermal gekauft jetzt habe ich zweimal bekommen für videos draußen habe da dann auch noch ein paar hinweise und sie und wegschmeißen platz wird und so ihr habt noch eine andere drin so ein heft wohl drin steht dass sie drei jahre lebensdauer hat jetzt aber festgeklebt am heft ihr habt dann praktisch das heft war ich aus Versehen zerrissen und nicht wundern klebt hier an der seite so ein bisschen das ist war bei allen die ich bis jetzt hatte so und ist so eine art gummiklebeband ich habe hier vorne schon abgemacht hier ist eigentlich so ein schutzstreifen drauf die machte ab dann könnt ihr abziehen das ist halt wirklich nur kann man drücken kneten ja und dann hier oben ist dann halt so eine plastische schicht drauf die müsste dann natürlich abziehen ich habe die küche benutzt ich habe auch an vielen anderen stellen benutzt könnt da sachen mit antapen das glaubt ihr gar nicht und da fällt nichts runter mein stream deck ist damit nämlich an am tisch vorne an montiert also geklebt in der küche hatte ich die steckdose angeklebt da ist nur die tapete zu schwach geworden da kam die steckdose runter aber nicht weil der kleber los geworden ist oder soli der hat immer noch geklebt und auf der anderen seite die tapete da ist halt so ein stück zeigt da denn und da werden wir jetzt gleich mal in die küche gehen und dann werden wir da mal ein bisschen was rum schnippeln und ein paar sachen ankleben und ihr könnt da lasten ranhängen also ich habe videos gesehen haben sie ziegelsteine haben sie ziegelsteine genommen und dran und an die wand gemacht und oder eine glasscheibe und das hat gehalten also bis jetzt hält bei mir auch alles und ich habe regale damit angeklebt so kleine kleine regale und dann halt wecker drauf und so nachtischlampe ohne probleme so ich mache hier kurz ein cut wir gehen in die küche ja ich hatte schon eine aufnahme gemacht jetzt machen wir mal eine zweite weil ich habe das angeklebt und das war auch eine ganz gute idee was ich nicht berechnet habe ist dass das rausgeht und damit dann halt und dass er sich denn doch ein bisschen weiter runter bietet die hand so fest wie nix aber das ist einfach nach vorne gefallen jetzt habe ich das einfach daran ich die bot war seht ihr das hält ist alles drin und als beweis kleben wir jetzt einfach mal ein paar andere sachen an damit man damit das sieht dass es auch wirklich funktioniert ihr braucht doch nicht viel ich nehme jetzt hier einfach mal nur so ein stück streifen jetzt hat mir den finger geschnitten ganz toll beim unboxing warten sie mal drauf jetzt und jetzt passiert beim klebeband abmachen ich habe mir wirklich einfach nur fest drücken die klebeband so sieht das einmal so unten und dann nimmt er einfach hier oben das plastik weg und dann fixiert er dort hin haben wollte ich würde jetzt hier hin haben halt so da machen wir dann dran und dann einmal hier rein mit der hand und gegen drücken und dann das kleine ja auch noch festkleben so jetzt passe ich aber auf dass ich mich schon wieder schneide hier die schere ist natürlich auch gerade eine krücke und einmal festmachen damit kleben und da alle festkleben das ist so toll wie sagt er ihre streifen recht für die kleinen dinger fest würde ich raus hier dran beim großen so das habe ich mir entschlossen das würde ich hier hin machen mit der kabel hier ein bisschen blutig ganz schön hier so hier kommt dann halt praktisch das rein und ich zeige euch mal dass das jetzt wirklich hält so der große dann machen wir hier nochmal einfach alles rein was ich jetzt finde auch da keine angst haben dass da irgendwo drunter fällt und da fällt nichts und jetzt kann man hier unten drunter schön sauber machen und dann passt hier die musik sowieso eine abbauen die sollen woanders hinkommen aber ihr seht enthält vom fest hier haben wir eine kleine sie kann dann freue ich ihnen auch mal ein bisschen messerin machen oder kartoffelschäler dass wir das dann hier mal gleich griffbereit haben besser als wenn sie hier unten steht würde ich sagen sieht doch ganz gut aus so das soll es auch soweit gewesen wie gesagt ich habe die schon drei vier mal selber gekauft und wir haben teppich angeklebt wir haben regale angeklebt ich habe den kabelschacht damit angeklebt habe kleine streifen geschnitten und dann beim langen kabelschacht in abstand dran und hält bombenfest das einzige was da losgehen kann ist nicht der klebestreifen das ist die tapete wenn sie nicht richtig dran ist also ich habe sehr gute erfahrung mit gemacht von mir ein däumchen ich hoffe hat euch gefallen bis zum nächsten mal Ahoi, das ist euer Odin